Hallo und herzlich willkommen zum Excel Function Briefing. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Excel Funktion RGP, die uns die Berechnung einer einfachen oder multiplen linearen Regression erlaubt. Schauen wir direkt drauf. Im Datenblatt zum Function Briefing sind Datenwerte bereits vorgegeben und zwar in den beiden Datenreihen X und Y, die ihr links am Bildschirmrand seht. Das sind nicht so allzu viele Datenwerte, aber für unsere Beispielrechnung einer Regression in Excel soll das mal genügen. Die Daten sind bereits veranschaulicht und zwar im Diagramm am rechten Bildschirmrand. Wir finden in diesem Diagramm verschiedene Punkte wieder und jeder dieser Punkte, der veranschaulicht genau eine Zeile aus dieser Datentabelle. So ist zum Beispiel die erste Zeile mit den Datenwerten X gleich 3 und Y gleich 10 durch genau einen Punkt in diesem Diagramm veranschaulicht und das ist natürlich der Punkt, den ich jetzt gerade markiert habe, denn dieser Punkt, der zeichnet sich durch einen X-Wert von 3 und durch einen Y-Wert von 10 aus. Und so würden wir alle der Zeilen in der Datentabelle auch als Punkte im Diagramm wiederfinden. Offensichtlich sehen wir in unserem Diagramm einen positiven Zusammenhang zwischen der Variable X und der Variable Y, denn unsere Punktwolke der Datenreihen, die steigt von links nach rechts an, das ist ganz offensichtlich und ein solches Ansteigen von links nach rechts, das verweist immer auf einen positiven Zusammenhang zwischen den beiden dargestellten Datenreihen. Wir können also guter Hoffnung sein, dass die Vorhersage der Y-Werte aus den X-Werten relativ gut gelingt. Bevor wir uns jetzt mit der Funktion RGP beschäftigen, müssen wir ein bisschen formaler werden, denn wir wollen uns zuallererst mal die Regressionsgleichung aufschreiben, die wir dann im Anschluss mit der Formel RGP schätzen werden. So eine Regressionsgleichung, die beginnt in aller Regel mit dem vorherzusagenen Wert Y, den nennen wir oft auch Y-Dach und das Dach, das veranschaulicht eben die Tatsache, dass es sich dabei nicht um gemessene Werte handelt, sondern eben um vorhergesagte Werte. Diese Werte Y, die werden vorhergesagt aus einer Gleichung. Man findet da gerne sowas wie a plus b mal x oder gerne auch m plus b mal x, aber das ist für unsere Zwecke hier nicht geeignet, weil Excel einfach andere Bezeichnungen wählt, vor allem dann, wenn ihr die Excel-Hilfe zur Funktion RGP nachschlagt. Deswegen schreiben wir unsere Regressionsgleichung nicht wie hier aufgeschrieben, ich mache da mal eckige Klammern darum herum, sondern wir schreiben sie formal korrekt als B0. Das ist der Y-Achsenabschnitt. Das ist das A oder das M in den beiden Varianten, die ich vorher aufgeschrieben habe. Und dann haben wir das B1. Das ist das erste Regressionsgewicht, nämlich für die Variable x. Das ist eine typische Regressionsgleichung für eine einfache lineare Regression. Wenn wir eine multiple lineare Regression haben, dann haben wir nicht nur eine Variable x, sondern wir haben mehrere x-Variablen, aus denen dann der Wert der Variable y vorhergesagt werden soll. In diesem Falle müssen wir das x mit einem Index versehen, denn es gibt ja jetzt mehrere x-Variablen. Und wenn wir zum Beispiel eine zweite x-Variable haben, dann heißt deren Regressionsgewicht B2 und diese zweite x-Variable x2 und so geht das weiter bis hin schließlich zur x-Variable n, die dann ein Regressionsgewicht von Bn hat. Und eine Regression, die kann mit beliebig vielen Vorhersagevariablen arbeiten. Oft aber geht es in der Statistik immer nur um die einfache lineare Regression. Und genau diese wollen wir uns jetzt zuallererst mal anschauen in unserem Beispiel hier. Also um den Fall, wo wir ausschließlich einen einzigen x-Wert haben und aus diesem x-Wert dann den y-Wert vorhersagen wollen. Um nun die Formel RGP zu verwenden, müssen wir nichts anderes tun, als gleich RGP dort einzutragen. Wir haben nun vier Parameter auszufüllen, nämlich zunächst mal die y-Werte, die vorhergesagt werden sollen. Dann die x-Werte, aus denen diese y-Werte vorhergesagt werden, getrennt durch ein Semikolon natürlich. Und hier bitte vorsichtig sein. Man würde eigentlich erwarten, dass bei so einer Funktion zuerst die x-Werte angegeben werden müssten, aus denen dann die y-Werte vorhergesagt werden und eben dann danach erst die y-Werte. Excel handhabt das genau umgekehrt. Hier gibt es zuerst die Datenreihe der y-Werte als Parameter und danach dann die Datenreihe der x-Werte. Das verwirrt oft und führt auch oft zu Fehlern. Selbst ich neige immer dazu, zuerst die x-Werte zu markieren, dann die y-Werte und dann merke ich plötzlich, oh nein, du hast es genau falsch rum gemacht. Also bitte darauf achten, zuerst die Datenreihe der x-Werte als ersten Parameter dort einfügen und danach erst die Datenreihe der y-Werte. Die Konstante hier, die schauen wir uns gleich nochmal an, die setzen wir in aller Regel auf wahr, nur dann nicht, wenn wir Excel mitteilen wollen, dass es keinen y-Achsenabschnitt, also kein B0 gibt. Ich gebe mal wahr ein, wir schauen uns aber gleich nochmal an der Grafik dort rechts an, was es bedeuten würde, wenn wir hier falsch angeben. Und schließlich wollen wir noch ein paar weitere Regressionskenngrößen angeben. Excel kann eine ganze Menge von Kenngrößen berechnen für die Regression und deswegen geben wir hier auch den letzten Parameter als wahr an. Und jetzt drücken wir unsere Return-Taste und sehen hier, dass dort genau ein einziger Wert ausgegeben wird. Bevor wir uns darum kümmern, was dieser Wert bedeutet und wie wir dafür sorgen, dass Excel ein bisschen mehr ausgibt, wollen wir noch kurz schauen, was es in unserem Diagramm bedeuten würde, wenn wir den Parameter Konstante auf falsch gesetzt hätten. In diesem Falle würde es kein B0 geben und Excel würde dieses B0 intern standardmäßig als 0 auffassen. Das heißt, statt der Gleichung Y-Dach gleich B0 plus B1 mal X1 würde Excel versuchen, die Gleichung Y-Dach gleich 0 plus B1 mal X1 an diese Daten anzupassen. Da würde also ungefähr so eine Regressionsgrade rauskommen, wie die, die ich hier jetzt gerade gezeichnet habe. Das ist offensichtlich keine sinnvolle Repräsentation der Daten. Denn es scheint so zu sein, dass wir für unsere tatsächliche Datenreihe, die ich hier jetzt noch mal ganz fett markiere, dass wir dafür einen Y-Achsenabschnitt brauchen, der so ungefähr da liegt, wo ich jetzt gerade den schwarzen Punkt hingemalt habe. Also vielleicht bei einem Wert von 4, irgendwas oder 5, irgendwas. Deswegen ist es gerade in unserem Fall natürlich total sinnvoll, die Konstante auf wahr zu setzen. Und nun wollen wir uns anschauen, wie wir diesen mickrigen einen Wert, den die Funktion RGP angegeben hat, ein bisschen ausgedehnt bekommen. Wer mit einer neueren Excel arbeitet, der kann vielleicht schon von der Tatsache Gebrauch machen, dass Excel bei solchen Matrixformeln, also Formeln, die mehr als nur ein Ergebnis ausgeben, automatisch dieses Ausfüllen des Bereiches übernimmt und wir den Bereich nicht selbst markieren müssen, um dann die Matrixformel von Hand einzugeben. In der Excel-Version, mit der ich hier arbeite, ist das aber nicht so. Wir müssen hier den Bereich, den Excel jetzt ausfüllen möchte, mit Zahlenwerten von Hand eingeben. Die Größe dieses Bereiches, die ist in Excel nun abhängig davon, wie viele Vorhersagevariablen X wir haben. Denn der Bereich, den die Formel RGP ausfüllen möchte, der ist immer 5 Zeilen lang, also 1, 2, 3, 4 und 5 und er ist so viele Spalten breit, wie es Variablen gibt, die wir in die Regression einfügen. In unserem Fall haben wir zwei Variablen, X und Y, also wird der Bereich gleich zwei Spalten breit sein. Hätten wir noch eine zweite Vorhersagevariable, X hinzugenommen, sodass unsere Regressionsgleichung gelautet hätte B0 plus B1 mal X1 plus B2 mal X2, dann hätten wir drei Spalten benötigt. Das ist die Regel, nach der Excel mit der Funktion RGP vorgeht und Excel erwartet nun, dass wir der Formel RGP die Möglichkeit geben, ihre Ergebnisse in diese, in unserem Falle 5 mal 2 Zellen dort hineinschreiben kann. Und deshalb müssen wir all diese Zellen einmal markieren, in die Excel jetzt die Ergebnisse reinschreiben soll, dann gehen wir oben wieder in das Formel Eingabefeld hinein und drücken STRG, die Umschalt- oder Großschreibtaste und dann die Return oder Enter-Taste und wir sehen, da entstehen Datenwerte. Was wäre passiert, wenn wir diesen Bereich zu groß gewählt hätten? Nun, wir können das einfach mal ausprobieren, indem wir den Bereich tatsächlich zu groß wählen. Ich klicke noch einmal oben in unser Formel Eingabefeld hinein, drücke wieder STRG, Umschalt und Return und da sieht man schon, Excel füllt in die jetzt nicht benötigten Zellen ein NV hinein. Das ist für uns vollkommen gleichgültig, das stört uns nicht weiter. Die vorhandenen Werte, die sind unverändert geblieben. Excel teilt uns damit nur mit, hey, du hast mir mehr Zellen zum Ausfüllen angegeben, als ich ausfüllen kann. Aber das spielt für uns überhaupt keine Rolle. Ich mache das Ganze mal rückgängig und ich verschiebe unsere Datentabelle einmal um eine Spalte und eine Zeile nach rechts unten und deshalb muss ich auch meine Zeilennummern und meine Spaltennummern um genau eine Spalte nach rechts schreiben. Denn wir wollen ja jetzt klären, was Excel da eigentlich für Zahlen in diese Zellen hineingeschrieben hat. Nun, die erste Zeile, die enthält die Regressionsgewichte. Ich schreibe mal Regressionsgewichte dahin und mache diese Spalte ein wenig breiter, damit wir es auch tatsächlich erkennen können. Dann enthält die zweite Zeile die Standardfehler, ich schreibe mal SE, der Regressionsgewichte. Die dritte Zeile, die enthält immer nur genau zwei Werte. Der erste Wert, das ist der Determinationskoeffizient und die zweite Zahl, das ist der Standardschätzfehler der Vorhersage, also Standardschätzfehler der Vorhersage, den uns Excel direkt mit berechnet. In der vierten Zeile haben wir zuallererst den sogenannten F-Wert. Das ist ein Wert, der benutzt wird, um statistisch zu testen, ob unsere Regressionsvorhersage signifikant von einer rein zufälligen Vorhersage verschieden ist. Ob es uns also statistisch hinreichend gut gelingt, unseren Y-Wert aus X vorherzusagen. Und die 13, das sind die Freiheitsgrade, die wir bei der statistischen Bewertung dieses F-Wertes hier benutzen müssten. Und schließlich folgen da unten noch zwei weitere Zahlen. Das ist nämlich einmal die Quadratsumme für die Regression, also das, was wir an Streuung in den Daten mithilfe der Regression vorhersagen können. Und rechts daneben die Quadratsumme der Regressionsresiduen, also der Vorhersagefehler. Was wir jetzt noch klären müssen, das ist natürlich die Reihenfolge, in der die Regressionsgewichte hier angegeben sind. Und das ist in Excel wirklich genauso seltsam, wie auch die Reihenfolge der Y- und X-Werte im Parameter für die RGP-Funktion angegeben werden muss. Denn die Regressionsgewichte werden hier in genau entgegengesetzter Reihenfolge angegeben, wie sie in einer typischen Regressionsgleichung auftauchen. In der typischen Regressionsgleichung, da haben wir links das B0 und dann geht es aufsteigend B1, B2, B3 und so weiter mit den entsprechenden X-Variablen. In Excel ist es genau umgekehrt. Da enthält die letzte Spalte immer das Regressionsgewicht B0 und die Spalten links daneben, die enthalten dann in aufsteigender Reihenfolge von rechts nach links die Regressionsgewichte B1, B2, B3 und so weiter. Unsere Spalte 1 hier, die hat also das Regressionsgewicht B1 und hätten wir noch mehr X-Werte, dann hätten wir links daneben dann B2 und links daneben B3 und so weiter. Das ist in Excel sehr ungewöhnlich, das muss man sich merken, ansonsten ist man heillos und hoffnungslos verloren, wenn es um die Interpretation dieser Tabelle hier geht. Trotzdem aber hat uns unsere Excel-Funktion hier komplett alle Kennwerte, die wir für die Regression benötigen ausgerechnet. Wir müssen nichts weiter tun, als einfach genau diese Werte hier abzulesen und könnten jetzt unsere Regressionsgleichung aufschreiben, denn die lautet im hier angegebenen Fall wie folgt. Ich lösche dazu einfach mal unsere Parameter B0 und B1 weg und lösche auch unseren Rest der Regressionsgleichung, der für unseren Fall hier gar nicht notwendig ist, weil wir nur einen X-Wert haben, ebenfalls weg. Und jetzt kann ich die Kennwerte eintragen, die uns Excel gerade ausgerechnet haben. Wir haben also ein B0 von 5,358 und ein B1 von 0,578 und das ist unsere Regressionsgleichung. Wir würden also, um zum Beispiel für unsere allererste Person in der Datenreihe den Y-Wert vorherzusagen, als X-Wert die 3 dort eintragen, würden dann diese Gleichung anwenden, indem wir berechnen 5,358 plus 0,578 mal 3 und hätten dann den vorhergesagten Y-Wert. So einfach ist das Ganze in Excel. Wir übernehmen schlichtweg unsere Regressionsgewichte aus der Tabelle hier unten, beachten dabei bitte die Reihenfolge und können dann unsere Regression komplett durchführen, ohne auch nur einen weiteren Handschlag gemacht zu haben. Wie sieht das nun aus, wenn wir mehr als nur eine Datenreihe gehabt hätten? Nun schauen wir uns auch diesen Fall einfach gerade mal an. Ich lösche dazu ein paar Dinge weg, die ich einfach jetzt nicht mehr benötige und lösche auch unsere Regressionsberechnung hier komplett weg. Was ich jetzt noch machen muss, ist, ich brauche eine weitere Reihe von X-Werten. Wir hätten hier also eine Datenreihe X1 und wir hätten eine Datenreihe X2, mit der wir versuchen wollen würden, unsere Y-Werte vorherzusagen. Weil ich keine Daten für X2 angegeben habe, denke ich mir die einfach mal aus. Und wir können jetzt mal versuchen, aus unseren beiden Datenreihen X1 und X2 unsere Datenreihe Y vorherzusagen. Die Regressionsgleichung für diesen Fall, die sieht aus wie folgt. Wir haben hier Y-Dach gleich B0, unsere Konstante, unser Y-Achsenabschnitt, plus B1 mal X1. Und jetzt haben wir aber noch eine zweite X-Variable, also plus B2 mal X2. Unsere Funktion RGP, die erwartet jetzt also drei Spalten, denn wir haben drei Variablen, die wir in die Regression hineinstecken. Also drei Spalten 1, 2, 3 und wieder fünf Zeilen. Das ist unverändert und nicht abhängig davon, wie viele Variablen wir in der Regression enthalten haben. Wir haben also insgesamt 1, 2, 3, 4 und fünf Zeilen, in die Excel jetzt Ergebnisse hineinschreiben möchte. Erneut können wir jetzt schon eintragen, was wir denn gleich in unserer ausgefüllten Kennwertetabelle sehen werden. Wir haben die Regressionsgewichte in der ersten Zeile. Danach haben wir in der zweiten Zeile die Standardfehler der Regressionsgewichte. In der dritten Zeile, da haben wir gleich den Determinationskoeffizienten auf der linken Seite und rechts daneben haben wir dann den Standardschätzfehler. Ich schreibe einfach nur Standschätzfehler. Da drunter haben wir dann links den f-Wert und rechts davon die Freiheitsgrade df. Und da drunter haben wir dann noch zunächst die Quadratsumme der Regression und rechts daneben die Quadratsumme der Residuen. So wird unsere Regressionskennwertetabelle, die Excel jetzt gleich ermitteln wird, ausgefüllt sein und in den Spalten. Da haben wir ganz rechts unser Regressionsgewicht B0, dann B1 und dann links davon B2. Und jetzt können wir einfach die Formel RGP mal anwenden. Ich gebe also ein gleich RGP. Wir haben eine Datenreihe von vorherzusagen und Y-Werten. Nun haben wir aber einen Block von X-Werten, den wir markieren. Und wir wollen natürlich wieder eine Konstante haben. Alles andere wäre sehr ungewöhnlich. Und wir wollen uns auch erweiterte Statistiken ausgeben lassen. Also zweimal war da rein. Jetzt müssen wir markieren unsere Datentabelle. Und da sehe ich natürlich, dass ich hier meine Beschriftung ein wenig zu weit nach links gerückt habe. Ich verschiebe sie also um eine Spalte nach rechts und kann nun unseren Bereich ausfüllen, in den Excel gerne die Kennwerte reinschreiben möchte. Gehe jetzt oben ins Formel-Eingabefeld, drücke Steuerung, Umschalt und Return oder auch die Eingabetaste. Und jetzt sehen wir, da sind Daten erschienen. Was hat es hier jetzt mit diesen Fehlern auf sich? Diese Fehler, die entstehen notwendigerweise bei multiplen linearen Regressionen. Also immer dann, wenn wir mehr als eine vorhersagende Variable X haben. Denn für diese Felder dort, da gibt es einfach keine weiteren Kenngrößen, die Excel ausrechnen könnte. Insofern schreibt Excel da eine NV rein. Das sieht nicht schön aus, stört uns aber überhaupt nicht. Wir können also jetzt sagen, dass wir eine sehr gute Vorhersage von 0,83 haben. Das ist exakt der Bereich hier. Und wir können nun unsere Regressionsgewichte in unsere Gleichung dort oben eintragen, indem wir das B0 als 4,83 dort hineinschreiben. Dann das B1 als 0,52. So gut ist es, wenn man sich diese Spalten zuerst mit einer Überschrift versieht, damit man genau weiß, was wo steht. Und dann natürlich B2 als 0,04. Das ist unsere Vorhersagegleichung. Wenn wir also für unsere erste Person als X1 hier eine 3 reinschreiben würden und als X2 hier eine 43, dann würden wir einen vorhergesagten Wert Y dabei rausbekommen, indem wir rechnen 4,83 plus 0,52 mal 3 plus 0,04 mal 43. Und das war es schon mit der Funktion RGP in Excel. Ciao und tschüss.